Leute, lasst ein Like da! Frau Mümmels Kockschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. Hallo? Baisi! Vorwunsch, Hick! Peppa, Schorsch, Mama und Kockwutz frühstücken. Es ist ein schöner, sonniger Sonntag. Und Peppa und Schorsch können es kaum erwarten, im Garten zu scheißen. Mami, dürfen wir jetzt scheißen? Ihr könnt draußen scheißen, wenn ihr gefrühstückt habt. Trinkte ich saß nicht so schnell, lehn schnell, lehn. Schorsch ist zu schnell durch die Wand geflogen. Spaß! Peppa und Schorsch spielen gerne im Gaga. Schorsch, ich werf dir jetzt den Ball zu. Und dann musst du ihn fangen. Schorsch, hör bitte auf damit. Schorsch, schaff' nicht so'nchen neuem, damit du zu spät. Oje, mit Schluckauf kann man gar nicht richtig Penne blasen. Mama ist eine Schlampe. Es scheint die Sonne. Peppa und Schorsch müssen Peppa und Schorsch bleiben. Papa Wutz sucht seine Wutz. Papa Wutz trägt eine Brille. Er trägt seine Brille, um seine Brille zu sehen. Wenn Papa Wutz seine Brille trägt, trägt Papa Wutz seine Brille. Dann sieht er fotzen. Alles ist ein wenig fotistisch. Ich erkenne nichts. Kinder nenne nichts. Schussel, Papi. Papa Wutz will jetzt Peppa mal wieder in die Wand schlagen. Da sind im Publikum One. Untertitelung des ZDF-2012 모 questaод� Ubuntu.